Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf den Tribünen, heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn ich werde hier und heute und an dieser Stelle meine Abschiedsrede im Deutschen Bundestag halten. Und wie sollte es anders sein? Es ist eine Rede zum wissenschaftlichen Nachwuchs. Es ist nicht unsere erste, über die wir hier reden und auch streiten in verschiedenen Sitzungen und sicherlich auch noch viel Verständnisfragen offen, die man dann in der nächsten Legislatur hoffentlich beseitigen kann. Aber warum diskutieren wir immer wieder über den wissenschaftlichen Nachwuchs? Warum hier in diesem Hause? Es gibt ja viele andere Themen, aber eigentlich liegt es ja auf der Hand. Denn wir wissen ganz genau, die bestmögliche Forschung, die bestmögliche Lehre in der Zukunft ist davon abhängig, ob es uns gelingt, dem heutigen wissenschaftlichen Nachwuchs so gute Rahmenbedingungen zu geben, dass wir sie halten können hier bei uns oder dass wir sie international anwerben können. Beide Möglichkeiten müssen gegeben sein. Und deshalb ist dieses Thema für uns existenziell wichtig. Im Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs 2017, auf den ich hier gar nicht so wahnsinnig eingehen möchte, denn viele haben schon gesagt, die Daten sind, es gibt welche von 2014, Simone Ratz ist richtig, aber die meisten sind älter, die meisten kommen im Schnitt aus 2008 bis hin zu 2006. Und da dann 2017 irgendwelche Thesen daraus zu formulieren, finde ich schlichtweg falsch. Aber wir sehen natürlich sehr wohl, wenn wir das abgleichen mit anderen Erkenntnissen, die wir haben, dass wir jede Menge, wir haben auch positive Dinge, die wir sehen können, aber wir sehen natürlich auch eine ganze Menge Schatten an dieser ganzen Geschichte. Wie kommen wir weiter? Ich bin davon überzeugt, dass wir endlich mehr Informationen brauchen. Das hat die Bundesministerin auch schon gesagt. Wir müssen endlich wissen, warum zum Beispiel jemand ein Studium abbricht, ob er es überhaupt abgebrochen hat oder ob er nur gewechselt hat. Wir müssen wissen, wie viele Promotionen stattfinden, wo sie stattfinden, mit welchen Verfahren, wann sie abgebrochen wurden und warum sie abgebrochen wurden. Wir brauchen Erkenntnisse über die Vereinbarkeit von Familie und akademischer Karriere. Und ich möchte an dieser Stelle auch klar sagen, jeder, der an der Universität eine Promotion geschrieben hat und dann die Universität verlässt, ist nicht ein Loser oder ein Abbrecher, sondern er hat für sein Leben schlichtweg eine andere Entscheidung gefällt. Und auch die haben wir zu respektieren. Ich bin deshalb fest davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Hochschulstatistikgesetz, so wie es auch die Bundesministerin schon gesagt hat, hoffentlich wirklich gute neue Erkenntnisse bekommen, um dann über den Längsschnitt einer beruflichen Karriere wirklich auch entsprechend politische Maßnahmen aufsetzen können. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich nicht gesagt, wir warten, bis wir jetzt mehr Zahlen haben, sondern wir haben gehandelt, nämlich da, wo wir sagten, wir müssen handeln. Nur ganz kurz, wir kennen alle die Instrumente. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz wurde eben wahnsinnig viel darüber gesagt. Wir haben damit einen Riegel vorgeschoben, wenn es darum geht, grundlose und unangemessen kurze Zeitverträge zu vergeben. Das dauert seine Zeit, deshalb Evaluation 2020. Der Bewusstseinswandel an den Hochschulen hat, wenn Sie sich heute mit Hochschulen unterhalten, übrigens schon ganz stark angefangen. Wenn wir dazu noch die 12.000 rund unbefristeten Stellen aus diesen BAföG-Millionen verteilt hätten auf die Hochschulen, würden wir hier keine Diskussion mehr führen über Befristungen von Arbeitsverträgen. Wir haben mit Hilfe des neuen Tenure-Track-Programms einen Karriereweg zur Universitätsprofessur planbarer gemacht. Und wir haben mit den erweiterten Kooperationsmöglichkeiten auf der Grundlage des veränderten 91b eine neue Exzellenzstrategie auf den Weg gebracht. Und warum ist das wichtig für den wissenschaftlichen Nachwuchs? Ganz einfach. Für den Spitzennachwuchs gibt es fantastische Perspektiven über die neue Exzellenzstrategie. Meine Damen und Herren, wir als Union sind fest davon überzeugt, Qualitätssteigerung ist das übergeordnete Ziel. Und zwar nicht. Und nicht so, wie leider sehr häufig von den Linken immer wieder gefordert wird, Geld, 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 Geld ins System, dann wird alles besser. So einfach ist es nicht. Wir haben nämlich deshalb, und das können Sie sehr gut nachsehen, und deshalb ist eben die Bilanz auch nicht dürftig, wie Sie heute Morgen im Ausschuss gesagt haben, liebe Frau Gohlke. Wir haben bei der Exzellenzstrategie und dem Tenure-Track-Programm als Fördervoraussetzung – ohne dem gibt es eben kein Geld von den Milliarden, die wir verabschiedet haben – als Voraussetzung gesagt, es muss ein überzeugendes Personalentwicklungskonzept und eine individuelle Personalberatung – da sind alle Gleichstellungsfragen mit drin – vorliegen. Nur dann könnt ihr euch überhaupt bewerben. Und das ist ein Qualitätsbaustein, und daran werden wir als Union weiter arbeiten. Meine Damen und Herren, viele Meilensteine. Wir wollen uns aber auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen. Wir werden hier weitermachen. Wir als Union – mit Sicherheit das Spitzenfeld der Wissenschaft – werden wir weiter im Auge behalten. Und ich wünsche mir nur von meinen Kolleginnen und Kollegen, von denen, die hierbleiben, die neu hinzukommen, viel Erfolg für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch für die anderen sehr wichtigen wissenschaftspolitischen Themen. Und natürlich neben Kompetenz auch eine glückliche Hand dabei. Ich bedanke mich für das tolle Miteinander bei allen Kolleginnen und Kollegen und sage einfach – Tschüss. Vielen Dank, Frau Dinges-Dierich. Und ich wünsche Ihnen eine wirklich gute Zukunft, eine gute Zeit, auch ohne Ihre parlamentarische Familie hier in diesem Haus. Und lassen Sie von sich hören, wo immer, von welcher Stelle auch immer, Sie jetzt zukünftig sein werden. Nächster Redner Oliver Katzmarek für die SPD-Fraktion.